Ich liebe Brom, größter Geister. Alles gut bei dir? Scheiße, ich glaube, ich habe genau gewisses Metall gepisst. Oh, da muss er jetzt einpacken, Alter. Scheiße. Scheiße. Ja, aber man muss auch ehrlich sagen, hier, das Metall hat ziemlich trocken ausschaut. Das hat ein bisschen Wasser gebraucht. Okay, okay. Das finde ich cool. Ich habe gesagt, das Metall, das hat ziemlich trocken ausschaut. Wir haben es ja bloß Kugmann, das muss ja noch wachsen, ne? Eben.